Herzlich willkommen beim Reiseservice Imagine in Bern. Unser Reisebüro finden Sie an der Zeughausgasse 24 im 6. Stock. Hier beraten wir seit 1992 unsere Kunden. Diskussionen über Kultur, Politik und Traditionen gehören für uns zu einer guten Reiseberatung dazu. Wir zeigen Ihnen neben guten Reiseführern auch interessante Romane von Autoren ihrer Reisedestination. In unserer Infothek finden Sie über 8000 Artikel aus verschiedenen Zeitschriften. In die persönliche Beratung lassen wir eigene Reiseerfahrungen einfließen. Wir zeigen Ihnen interessante Sehenswürdigkeiten und mögliche Reiserouten. Seit 2001 verkaufen wir als einziges Schweizer Reisebüro sämtliche Produkte vom ersten Fairtrade-Label Fairtrade in Tourism South Africa für gute Arbeitsplätze mit zufriedenen Angestellten. Faire Produkte, faire Preise Wir bieten Ihnen die gleichen Preise wie der Anbieter. Sie bezahlen einmal ohne Währungsverlust und profitieren von unserer Reisegarantie. Wir kümmern uns um internationale Überweisungen, Zahlungsfristen und Vouchers. Reisen ist unsere Leidenschaft. Wir haben 15 Jahre eigene Ausland- und Reiseerfahrung in allen Kontinenten gesammelt. Mit dem Kanu über kanadische Seen gleiten, fremde Märkte voller Menschen, Waren und Sinneseindrücke, besinnliche Momente in asiatischen Tempeln, magische Tierbeobachtungen im südlichen Afrika, gewaltige Bergwelten in Nepal, unberührte Strände und Sanddünen, magische Sonnenuntergänge. Erleben auch Sie solche Momente? Wir freuen uns auf Ihren Besuch, auf Ihre Mail oder Ihren Anruf. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.